Sehr geehrter Herr Garnsko, liebe Gäste, liebe Künstler. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, zu unserer deutsch- und russischen Veranstaltung gekommen. Besonders herzend danke ich Herrn Garnsko, Vorstandsmitglied der Verwandten der Mann und Muttergemeinde, dass er uns so unkompliziert und so freundlich die Genehmigung zur Durchführung des heutigen Konzerns erteilt hat. Jetzt wünsche ich Ihnen allen viel Freude an den ländlichen Musikern, der im Klang von Spiel und Gesang und der ländlichen deutsch-baltischen Literatur vorgebracht von Dieter Matthes. Viel Freude! 2. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. Lanz, 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 Lanz! Lanz, 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 Lanz! Lanz, Lanz! 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 Amen. Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ai, dai, ludhi, osl, oka! Antio, dievli entes, Seni das notwendige J сорок, ZANG EN MUZIEK Heilio Ludi Bogna, Heilio Ludi Bogna, Heilio Ludi Bogna, Heilio Ludi Bogna. Abdelhandler ist international bekannt und trifft in Europa und auch Amerika auf. Wir können Putin, Welt. Amen. 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 Amen.